So, damit herzlich willkommen bei NABO 1.1.2, bei dem Spiel von Activision, ach äh, bevor ich es vergesse. Das Spiel ist leider nur auf Englisch, auch keine deutschen Untertitel. Ähm, was noch? In Reviews stand irgendwas, dass teilweise der Controller nicht so besonders gut funktioniert, werden wir gleich sehen. Ich habe ja einen Xbox-Controller. Schauen wir mal, das war Captain America und Iron Man. Online. Okay, Online. Play Game. Options habe ich schon mal geguckt. Untertitel habe ich eingestellt, aber halt irgendwelche. Controller werde ich wahrscheinlich vergessen, was ich drücken muss, und dann geht es auch schon los hier. Beginn Story. Komm, wir spielen auf leicht. Doomstadt in Latveria. Wird wohl unser erster Gegner Dr. Doom sein. Funk, wir spinnen auf leicht. 2 Kopfschönen. Habt Netflix. Habt Amerika. So. Ähm, so. Logan. Jawoll. Äh, ich bin schon sehr mal dabei. oh nein hier hier äh avengers oh nein oh oh hurt but it worked no pain no gain my boy i ain't your boy stark oh make sure all right that should do it won't be any latverian air support bothering us on our way to castle doom now we'll take it on foot and bring in bravo team once we hit checkpoint 3 on foot you're kidding right you have any idea how little arch support i get in this outfit put a sock in it web head ow socks make it worse actually all right ladies let's move now have they in latveria actually that's better dr doom oh yeah i don't know i don't know that's a big statue but what is that a dumb bot oh oh Was ist das? Oh, okay. Okay, das war noch. Was? Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe noch keine Ahnung ob das hier richtig ist. Also die Kamera schlägt uns vor da lang zu gehen. Also das war die Tür die vor uns hoch ging. Ich verstehe. Passieren. Jetzt kann man das aufmachen. Auch nicht. Hier ist nichts. Da ist nichts. Da kommt heute ein Hälfter mal mit die Fenster zu zerstören. Das ist doch die Bösen. Ich muss ein Latveria vernichten. Die sehen irgendwie anders aus als die ich kenne. Äh. Hieraus können wir zusammenarbeiten. Bauverattacken. Okay. W. 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 B-Audio. Kann ich noch was zerstören hier? Danke. Na gut, spielen wir mal hier ab. Nick, was ist los? Nick, was hat sie gesagt? Potent, aber nicht ähm... Weiß ich nicht, ich hab's vergessen. Potent, aber nicht ähm... Weiß ich nicht, ich hab's vergessen. Potent, but not... Ah, scheiß. Zweck. Vergessen. Ist ja Potent, aber nicht tragbar? Portable? Ah, naja, egal. Laufen wir weiterhin. Wir haben ja eine Richtung, wo wir hin sollen. Collect. Collect. Teamwork. Warfusion Team. Schaaden. Kann ich das jetzt nicht hören? Nein. Die warten aber auch brav hier vorne. Vielleicht muss ich schon wissen, wenn's doch nicht abgeht. So. Kann ich das Blitzling sammeln? Oh. Scheinbar nicht. Oder eine Blitzfalle. Alles zerstören. Okay, wechseln wir mal Spidey. Nein. Komm. Käpte. Komm. Äh. Wir gehen nicht schon, äh. Die Fenster gehen wohl nicht kaputt. So ein。 Ab земl. Und, wie ist es hier bei, ne? Ab dem, wie ist es hier bei, ne? Ey, ich gehe. Aaaa. Oh. So. Special Attacke noch. Warum kann ich den Weg nicht steuern? Wow, wow, wow. So. Ich und Logan, wir drehen gerade komplett. So. Logan. Jetzt darfst du noch mal zeigen, was du kannst. Oh. Krasses Ding. Krasses Ding. Bänke kriegst du wohl gar nicht gut. Wow. Was war denn das? Das ist für mich der Nippe. Das war jetzt Zufall, dass ich Spidey ausgewählt habe. Oh. Eier. Attacke. Daher. Oh. 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 Daher. Schon wieder Welt. Oh. 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 Warum kann ich das nicht vernichten? Oh, die fangen ja doch noch ein paar an. So, hier ist noch was. Achievement. Steigt auch. Lampe kaputt. Bengel kaputt. Bäume. Na, die Scheibe wollte nicht. Ich mache die so. Ich vermute mal hier drin. Dann warte ich dann mal. Äh, doch wie du. Oder an, was eine Scharlatane. Sieht man schon was von hier. Ich glaube, dann beende ich hier erstmal die Folge. Ich sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei Marvel Ultimate Allianz 2. Das Spiel ist leider in Englisch. Auf Englisch. Knapp zwei Jahre alt. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.